Wollen wir das Video, wie gesagt, die letzte Zeit, die Video ist noch ein bisschen kürzer, aber dann sind es ja noch 10, 20 Minuten, das ist vom Futter. Jetzt werden wir die Würstchen in den Schlafraum machen, die konnten wir zuerst, es hat jetzt gedauert, übrigens, dass die Uhr stehen, ich habe nicht gemerkt. Video ist bei 20 Minuten, den muss ja jetzt auch 10 Minuten, muss auch gehen. Da ist der Glätterteig, hier habe ich vorgeschnitten ein bisschen, wo ich habe auch die Stücke, die fügen wir jetzt hier ein, wenn es den mal klappt. Fügen diese dem Teig hinzu, ein bisschen abstattieren, ein bisschen abstattieren, wo das noch ein kleinere Stückchen, ein Doppelstück zum Beispiel, das ist eine Fliege, das heißt, wir müssen hier nochmal fortführen, das klappt sowieso so ein Thema. Hier sind Doppeldingen, ein bisschen, hier sind Doppeldingen. Nur für das hier, wenn wir jetzt der Griff überhaupt wieder alles nicht gelöst kriegen. Jetzt wird es wieder schlimm. Die ganze Zeit ging es, jetzt wird es wieder schlimm. Irgendwas Hüttelges für die Geranes machen wir. Jetzt schauen wir es auseinander. Dann haben wir es auch zu. Mehr oder weniger. Allerdings weiß ich dann nicht mehr wirklich, wo die ganze Gürstchen sind, kriegt das doch von mir fast noch rausgeschüttet. Das ist doch schmutzend hier. Wo die mitten, wo sie sind, wo nicht. Wieder noch so ein... Ich muss gucken, wo ich schleifen könnte und wo nicht. Und wie gesagt, so einzelne Stücke halt. Nein, das kann ich dann auch nachzüglich schleifen. Und dann kann ich die Wege finden, wo man an das dran geht. So, dass es passt. Dann können wir es mal runter. Zwischen lassen. Je nachdem, bis das dann nachher auch. Und dann kann ich die Schnittkante machen. Mit Pizzaschneider. Idiot, hab der den Ofen wieder gemacht. So geht es aus. Da schneiden wir. Bip, 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 bip. Könnte man eigentlich was mit dem Drichtballer. Wächst der im Hörl, wenn wir hier so ein bisschen weiter zusammen. Mal gucken. Ich glaube, ich habe einen sauberen Schuss. Das ist nichts. Weil dann ist es nicht ran theoretisch. Das wird theoretisch gesagt. Wir bleiben aber ran theoretisch. Dann ist es ran theoretisch. Hier so. Oh mein Gott, ey. Hey. Alles was auseinanderfühlt. Ich weiß nicht, was richtig ist. Wie will ich das jetzt mal so machen hier. Ja, lass die Scheiße raus. Ich muss mich als persönliche Wursttasche. So. Hey. Was ist das denn? Ich muss mich als persönliche Wursttasche. Dann knallt mir die Wursttasche durch. So. Jetzt. So. Nur dass das was wird. So. Jetzt hat das was rausnimm. Was ist denn der andere Handschuh? Ja. So. Ach, bei dem wird er immer perfekt. Genau so. Bei dem wird er echt schrecklich. Wow, hier hat deine Mutter. So, guck mal, wie es aussieht. Ist doch schön geworden, oder? So ein bisschen. Muss ich hier ein Fusserhinterraum. Naja, okay. Jetzt kommen die Handgäste jetzt. Wenn es noch so heiß ist, ist es schwierig. Hat keiner gesehen. Wäre ich dann doch lieber sowas machen soll. Allerdings, die machen auch gut für ihre Hand eigentlich. Handgläste sind die schon, ne? Genau. Ich heb hier den Kena los. Wie gesagt, macht das ruhig mal nach. Sieht eigentlich, wow, der ist gut. Sieht gut aus, riecht gut. Schmeckt auch bestimmt gut. So, ich selbst so lassen. Ketchup, Senf, etc. Ach, leck mich am Arsch.